Und damit herzlich hallo zu meinem Force Friday Special. Ihr habt gestern wahrscheinlich diesen 18 Stunden Livestream verfolgt, in dem haufenweise Sachen unboxed wurden. Sogar Deutschland hatte eine kleine Station, nur um das neue Star Wars Merch vorzustellen. Nun, ab heute ist es im Handel und ich bin natürlich gleich losgezogen und habe mir selber was zugelegt, ganz einfach, damit ich dieses Video machen kann und weil ich einfach sammelgeil bin. Ich kann leider nichts dafür. Nun gut, da das jetzt schon der dritte Anlauf ist, dieses Video zu starten, hoffe ich einfach mal, dass das jetzt funktioniert, wenn ich meinen kleinen Reveal gleich abziehe. Nämlich dieses schwarze Tuch dort entferne, so wie das gestern auch die ganze Zeit gemacht wurde. Ein bisschen Dramatik. So, jetzt betet mal, dass mir nicht gleich die Kiste umfällt. Und wir haben hier eine Figur der Black Series. Was genau das ist, wieso die Black Series heißt, ich habe offen gesagt keine Ahnung, weil ich zum Glück nicht so tief drin bin in diesem Sammelmetier. Aber was man sehen kann, wir haben hier Kylo Ren. Und zwar eine ausgebautere, nicht ausgebautere, eine etwas schönere Version der Figuren von Kylo Ren. Es gibt natürlich auch die kleineren, aber seien wir doch mal ehrlich, fünf Artikulationspunkte. Ich verstehe nicht, warum sämtliche Leute das so geil finden. Ich meinerseits, wisst ihr ja, holen mir Hottoys Figuren und die haben so um die 25 Artikulationspunkte. So, das Ganze kommt jetzt in einem neuen Merch-Design. Schlank, schwarz, mit roten Teilen. Naja, auch ein bisschen weiß und grau ist es im Prinzip. Ich glaube, der ganze Film, der hat so eine rot-weiß-schwarze Aura um sich. Da muss man mal sehen, was da am Ende dabei rauskommt. So wie man sieht, es scheint offensichtlich Figur Nummer 3 der Black Series zu sein. Ich habe gesehen, es gab auch welche aus den alten Filmen, aber wir wollen uns jetzt hier mal auf das neue Zeug konzentrieren. Und ich glaube, dieser komische große Barcode da, der ist ein tolles, was, exklusiver Flatschen. Den, äh, ja, ich glaube, den hat nicht jeder. Aber was jeder hat, ist dieser tolle Text hinten auf der Pappe. Als dunkler Krieger mit starkem Machtpotenzial kommandiert Kaido Ren die Missionen des ersten Kommandos mit ebenso viel Wucht, wie sein ungewöhnliches Lichtschwert hat. Ja, das erste Kommando. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das offiziell ist, aber offenbar scheint dies nun die deutsche Übersetzung für First Order zu sein. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich habe irgendwie was wie, ich weiß nicht, Erster Orden war so meine Hoffnung. Aber, naja, erstes Kommando. Mal gucken, wie sich das einfügt in die Popkultur. Und schnipp, da sind wir einmal rum. Und hoffen, dass ich jetzt nicht absoluten Schrott gekauft habe. So, machen wir doch gleich ein Unboxing aus dieser kleinen Review. Ich werde mal versuchen, hier, ihr kennt das Problem ja, über Eck und über Kreuz das alles aus der Packung zu holen. So, sämtliche Sammler werden jetzt vor Schmerzen aufschreien. Weil, weil, naja, das ist schon. Mint Condition, Verpackung, bla 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 bla. So, komm weg hier, komm weg hier, komm weg hier. Zumindest mache ich die Packung wieder zu. So, meinen Drehteller, Improvisationsding, packe ich auch mal beiseite. Ups. Ach ja. Wie immer befestigt sich mit einem dieser schönen Bänder hier, kennt ihr die? Die sind immer, die sind immer fantastisch. Keiner weiß genau, warum die da drin sind. Wahrscheinlich, um irgendwie noch für Stabilität zu sorgen. Aber im Endeffekt nerven sie alle nur. Vor allem, wenn man jetzt hier so über Kreuz versuchen will, etwas auszupacken, dann kommt das richtig geil. Warte, ich entknote das hier mal kurz. Aber ist neu. Ich kenne diese Strippen noch gar nicht. Ich habe jetzt aber auch schon länger keine Actionfiguren mehr gekauft. Weil Hot Toys sah teuer ist. Also nicht die üblichen Drähte. Jetzt ist man auf Schnüre umgestiegen offenbar. Kann den Figuren vielleicht zum Vorteil werden. So, noch das Schwertchen raus hier. Ohne es zu vernichten, wäre wunderprächtig. Ah, okay. So, mal gucken, ob er schon aus der Box hinaus stehen kann oder nicht. Ich habe meine Zweifel und werde wahrscheinlich auch gleich die Kamera justieren müssen. Einen Moment. Und das ist er nun, Rylo Ken mit seinem sehr markanten Dreiklingenschwert, möchte man fast sagen. Es ist immer noch eine Klinge, aber meine Güte. Man kann die anderen beiden Dinger auch noch so nennen. Gibt es dafür eigentlich offizielle Bezeichnungen? Ich glaube, Schwerthefte hat jeder gelernt, das Wort, als das Ding im Trailer aufgetaucht ist. Aber egal. So, was viele sehr faszinierend an dieser Figur finden ist, dass man hier Kapuze und all so ein Zeug aus Stoff hat. Und sich deswegen mal den ganzen Helm ansehen kann. Wobei ich sagen muss, ist eigentlich Blödsinn. Weil den hat man auch schon früher in Konzeptzeichnung gesehen. Aber jetzt seht ihr ihn mal so. Und die Lego-Figur hat ja genau das gleiche. Von daher, okay. Sieht so ein bisschen aus. Also, es ist ja offiziell bekannt, dass er seine Maske nach der von Darth Vader gestaltet hat. Aber wenn ich das so sehe, frage ich mich, ob er nicht vielleicht sogar ein Stück von Darth Vader verbaut hat. Das sind alles so Sachen, die werden wir erst in zwei Monaten herausfinden. So, ansonsten. Wir haben hier Armartikulationen. Scheint ein, ja, doch normales Scharniergelenk zu sein. Aber immerhin mit Drehanker und all so ein Zeugs. Sogar die Fäustchen kann man bewegen. Das ist sehr schön. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, die Artikulationspunkte zu zählen. Aber egal. So kann man den Kopf eigentlich drehen. Mit sehr viel Mühe und Not kann man auch den Kopf drehen. Aber Helm geht nicht ab. Was für mich ein gutes Zeichen ist. Denn ich habe so ein bisschen Angst davor, dass er seinen Helm im Film abnehmen kann. Es gibt da Promobilder. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das nur Adam Driver in der Schneewüste ist. Oder ob das wirklich Kylo Ren ohne Maske ist. Muss man sehen. So. Das Schwert an sich ist vielleicht noch so eine Sache, die ich mir gerne mal ansehen würde. Na komm, Gepäer. Eben, die ist dir von alleine fast aus der Hand gefallen. So. Mal schnell auf die billigen Plätze. So. Das Schwertchen. Hier sieht man, man ist gleich ein bisschen auf die Kritik eingegangen. Und hat so getan, als müsste das so sein. Das sind halt die Blitzchen von den Heften rübergehend zur Hauptklinge. Und deswegen das ganze Ding etwas protektierter ist. Aber ich glaube nicht. Sehr schön ist, dass man hier nicht einfach nur einen dieser stinknormalen Dinger genommen hat. Sondern wirklich ein bisschen versucht hat, die Blitzbeschaffenheit des Ganzen zu imitieren. So. Was ich jetzt allerdings nicht weiß ist, ah okay, man kann die Klinge abnehmen. Sehr schön. Man hat jetzt hier also eine Miniatur- und Tour-Ausgabe des Schwertes. Das ist mir auch bei Gelegenheit mal unbedingt genauer ansehen muss. Und diese Dinger hier, ja. Offenbar steckt man es nur rein und der Rest rastet dann schon von alleine ein und aus und um. So. Und wieder alles drin. Siehste mal. Wahrscheinlich ist es genau deswegen verbunden. Damit man nicht drei Teile hat, sondern nur eins. Und das Ganze etwas freundlicher ist für Kinder und nicht alles verloren geht. Soviel zu Kritikeingang. So. Gibt es noch irgendwas Cooles zu zeigen an dem Typen? Er hat eine Rückseite. Ja, Rückseiten sind auch immer sehr schön. Ich bin ein bisschen irritiert, dass das Ding hier nicht aus Stoff ist. Andererseits so detailreich, möchte ich mal sagen, wie das ist mit den ganzen Rissen und dem Faltenwurf. Wäre es vielleicht dämlich gewesen, das aus Stoff zu machen. Es gibt ja, ich habe eine alte Darth Vader-Figur, das heißt Alt, die ist auch relativ neu. Da ist das Cape auch aus Stoff und es sieht extrem scheiße aus. Weil der Stoff bei so Miniatur-Figuren, der fliegt ja immer von A nach B nach Y. Das ist alles immer nicht so toll. Man muss schon etwas dünneren Stoff benutzen, aber der reißt dann immer wieder. Ich glaube, die besten Sachen, die ich davon gesehen habe, sind immer noch die Batman-Capes aus den 90ern. Aber da habe ich jetzt gerade keins da, um euch das zu zeigen. Gut. Soll es das erstmal von Kylo Rants Seite aus gewesen sein? Denn, naja, wann? Ich glaube so in einem Jahr vielleicht. Sagen wir in einem Jahr könnte es sein, dass wir dann die Hottoys-Figur hier stehen haben. Hottoys hat sie gestern angekündigt. Die wird dann auch wieder von Blödi ausgepackt und rezensiert von mir. Und, ja, ich würde mal sagen, macht euch noch einen schönen Force Friday. Mödi macht mit euch sein und wir freuen uns alle auf Dezember. Als dann, bis dann.